Ich habe ja gesagt, man muss erst ein Kind umfahren, wie es gerade hier in Trosthof auf der Ackerbrücke passiert ist. Das, was passiert. So Dreckssäcke, ehrlich. Man überholt das Mädchen, fährt so um und dann will man noch den Rettungsdienst behindern. Klar, Schock, logisch. Trotzdem muss man da nicht irgendwie den Rettungsdienst behindern. Und dann so eine Arschloch-Aussage von so einem komischen Hai-O-Pei. Die lebt ja noch, die zappelt. Sag mal, das sollte mal deine Tochter gewesen sein, du Idiot. Naja, der Polizei vor Ort, Notarzt, Rettungswagen. Ich hoffe, der Maus geht bald wieder gut. Gute Wässerung. Und Leute, Handy vom Ohr aufpassen. Nicht die Leute umfahren. Und auf der Ackerbrücke ist keine Rennstrecke. Oder ist das der Nürnbergring? Genau, Nürnbergring-Drosdorf. Sag mal, Leute, ein bisschen Benehmen. Wie gesagt, toi 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 an die Kleine und ciao. Oh, оно. Ja, was ich weiß. So, ich weiß. Jetzt auch nicht, wo ich bin. So, ich weiß. Ich weiß.